Musik 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 So, Freunde der guten Unterhaltung, das Rennen, was jetzt fahren. Ich renne Embryo gegen den Rest der Welt. Azad, KHCLP. Erstmal hier mein Auto aussuchen. Also, das bin ich. Das ist Azad. Big Jonas, KHCLP. Der gleich erfriert hier. Und die Formel. Den kennt er auch von Formel 1 mit Kevin. Mit Getreide. Ich habe jetzt auf die Formel gewettet. Wieso musst du gewinnen? Ich sage Formel gewinnt jetzt, weil ich weiß, dass er Formel 1 fährt. Deswegen kann er jetzt hier die Runden auch. Da ist er im Kreisfahren gewöhnt. Verstehst du? Aber dafür habe ich Turbostart. Ja, ich nicht. Ja, prima. Prima. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Wenn ihr alle zu dämlich seid, zum Auto fahren. Unfassbar. Die sind alle zu dämlich. Warum? Ja, komm doch. Komm doch. Die sind alle zu dämlich vernünftig, ihr Auto zu fahren. Unfassbar. Die müssen, als ob ich ein Magnet im Arsch hätte. Ich bin da schon drin. So. Getreide hat uns hier. Unfassbar. Das war jetzt ein. Das war jetzt ein super Rennen. Unfassbar. Boah, hier. Aber ich habe gewettet. Normalerweise. Aber wieso? Ich habe doch gewettet. Wieso hat der eine gewettet verloren und das Önst habe. Deswegen. Ich habe gewettet. Wieso?